Video 2 Modulansicht Instrumente, Effekte und Einstellungen Hallo, in diesem Tutorial werden wir die Möglichkeiten des Module View ein bisschen genauer erkunden und Sie werden schon vertrauter mit einigen Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung werden. Lassen Sie uns unser vorheriges Projekt laden, indem wir auf den Icon auf der oberen linken Ecke klicken, Load Project auswählen und das Projekt auswählen, das wir noch vom letzten Tutorial gespeichert haben. Wenn wir den Analog Generator in der Modulansicht auswählen, bekommen wir seine Parameter auf der linken Seite angezeigt. Von dieser Schaltfläche aus können wir unser Modul feinjustieren. Lassen Sie uns auf den Buchstaben V drücken, um die Größe der Schaltfläche zu ändern. Wie ich schon erklärt habe, ist dieses Modul ein Oszillator. Ein Oszillator ist zur meisten Zeit der Kern eines Instruments namens Synthesizer. Die Aufgabe eines Synthesizers ist es, aus dem Nichts einen Klang elektronisch zu erzeugen. Typischerweise ist es mit einem Synthesizer möglich, den vom Oszillator erzeugten Kurvenverlauf und die Höhekurve einzustellen und den Klang zu filtern. Mit dem Waveform-Regler können wir die Art der Oszillation einstellen, die von unserem Analog Generator produziert wurde. Diese wird dann am unteren Rand der Schaltfläche angezeigt. Wir können unter anderem zwischen dreieckigen, gezackten oder quadratischen Kurvenansichten und verschiedenen Geräuschengeschmeckern wählen. Und wir können sogar unsere ganz eigenen Wellenformen bekommen, indem wir Drawn auswählen und mit dem Finger auf dem Bildschirm zeichnen. Für manche Zwecke ist es in Ordnung, einen Klang zu haben, der sofort in voller Lautstärke abgespielt wird, sobald die Taste gedrückt wird. Und auch sofort wieder stoppt, sobald man diese Taste wieder loslässt. Aber in den meisten Fällen benötigen wir ein bisschen mehr Lautstärkenkontrolle. Die roten Schieber definieren Parameter, die zum Höhekurvengenerator gehören. Ein Höhekurvengenerator ist ein Modulator, der einen Parameter ändert, um die Amplitude des Signals zu kontrollieren. Unsere Höhekurve hat vier Phasen. Attack bestimmt, wie lange die Entwicklung der Lautstärke des Klangs von Stille bis zum Maximum benötigen soll. Release misst, wie lange die Höhekurve benötigt, um wieder zu Null zurückzukommen, nachdem man den Finger von der Tastatur entfernt hat. Das an- oder abschaltbare Sustain, welches uns erlaubt, den Klang zu verlängern. Und den Exponential-Schalter, durch den es möglich ist, den Anstieg der Höhekurve zu modifizieren. Wir können unseren Oszillator-Klang nicht anreichern, indem wir mithilfe des Schiebers neuen eine zweite Frequenz hinzufügen. Die blauen Schieber stellen Befehle für den Filter dar. Ein Filter ist eine Einrichtung, die den Ausschlag bestimmter Teile des Frequenzspektrums reduziert. Der Filtertyp kann über diesen Schieber gewählt werden und es ist möglich zwischen Low-Path, High-Path, Band-Path und Band-Reject zu wählen. Die Filterfrequency oder Abschaltfrequenz ist diejenige Frequenz, bei der der Filter beginnt, das Signallevel zu reduzieren. Die Resonance speist einen Teil des Filteroutputs zurück in das Input ein, ändert die Form des Filters und erstellt eine Verstärkung um die Abschaltfrequenz. Es ist sogar möglich, eine zugehörige Höhekurve für den Filter zu setzen. Wenn Sie mit einem Doppelklick auf die Modulansicht gehen, erscheint eine Liste mit allen verfügbaren Mitteln. Wie Sie sehen können, sind diese nach Kategorie sortiert. Alles, was unter der Kategorie Synth zusammengefasst ist, bezieht sich auf verschiedene Klangerzeugungsmöglichkeiten. Mit Effects können diese Synthesizer produzierten Klänge modifiziert werden. Lassen Sie uns zum Beispiel ein Delay auswählen. Nun können wir dieses mit unserem Oszillator verbinden. Die Aufgabe eines Delays ist es, einen Klang um ein bestimmtes Maß zu verzögern. Lasst Sie uns jetzt unser Delay einstellen. Die beiden Schieber Dry und Wet werden von allen Effects geteilt. Wet beschreibt das Maß an Signal, das vom Synthesizer hergestellt wurde, das vom Delay-Prozess berührt wird. Und Dry beschreibt den Anteil des Signals, das nicht modifiziert wird. Die roten Schieber repräsentieren die jeweilige Stärke der Verzögerung des Sounds des Oszillators. Sie können diese Werte jeweils für den rechten und linken Kanal unabhängig voneinander setzen und zudem wählen, ob die Verzögerungen in Millisekunden, Hertz oder Ticks angezeigt werden. Für eine ausführliche Erklärung aller verfügbaren Synths und Effects empfehle ich Ihnen, auch in das Software-Handbuch zu schauen, das unter dem Link in der Beschreibung geöffnet werden kann. Lassen Sie uns nun unser Projekt speichern, damit wir es für unser nächstes Tutorial benutzen können.